Horoskop für heute, Krebs, 15. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Eine Sonne-Chirono-Position kann Unsicherheiten oder Ungewissheiten hervorrufen, möglicherweise in Bezug auf Arbeit, Karriere oder Lebensrichtung, die Ihre Freude an Freizeit, Familie oder Privatleben unterbrechen oder trüben können. Wenn etwas Sie berührt, seien Sie besonders aufmerksam, denn genau daran müssen Sie arbeiten, um Ihr Leben angenehmer, weniger schuldbeladen und sicherer zu machen. Glücklicherweise dominiert ein Sonne-Jupiter-Transit und Kooperation kommt von selbst. Es gibt ein starkes Gefühl gegenseitiger Harmonie und ein allgemeines Gefühl von Frieden und Sicherheit mit und durch andere. Dennoch suchen Sie heute mehr Sinn in Ihren Beschäftigungen oder Beziehungen als sonst und freuen sich über Anzeichen von Verbesserung und Wachstum. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Intuition anzuzapfen. Eine Erfolgserwartung mit Menschen auszustrahlen, die Sie lieben, wirkt jetzt Wunder für Sie, aber auch etwas Selbstbeobachtung kann, dass entspannende Freizeitaktivitäten können verlockend sein und könnten sogar ein wenig therapeutisch sein. Es kann eine großartige Zeit sein, um Stress oder Anspannung zu überwinden und Erleichterung zu finden. Ein Fünf-Sterne-Tag voller herrlicher Segnungen vom Himmel wartet auf Sie. Alle Sternzeichen werden den heutigen Tag genießen, aber Sie werden spüren, wie euphorische Energie Ihren Geist, Körper und Ihre Seele überkommt. Das liegt daran, dass die herrliche Sonne, unser größtes Licht, mit dem mächtigen Jupiter-Hand in Hand geht. Dies stellt sicher, dass Sie auf der ganzen Linie herzliche und freundschaftliche Beziehungen erleben werden. Sie werden außergewöhnlich gute Laune haben. Planen Sie etwas Schönes mit Ihrem Liebsten, auch wenn es nur ein Abendessen bei Kerzenschein für Sie beide ist. Singles sollten sich mit jemandem verabreden, der intuitiv zu Ihrer Seele sprechen kann. Behalten Sie Ihre Ideen für sich. Normalerweise sind Sie bei der Arbeit eher offen dafür, Ihre Erkenntnisse zu teilen. Sobald Merkur jedoch in den Skorpion eintritt, können Sie in Bezug auf Leidenschaftsprojekte, kreative Unternehmungen und Talente zurückhaltender werden. Sie haben so viel zu bieten, von Ihren einzigartigen Hobbys bis zu Ihren unglaublichen Fähigkeiten. Obwohl Sie diese künstlerische Seite Ihrer selbst bei der Arbeit vielleicht teilen möchten, ist es vielleicht am besten, Sie vorerst geheim zu halten. Sie wissen nie, wer zuhört, insbesondere wenn es einen Kollegen gibt, der Ihre Ideen oder Ihren Stil zuvor kopiert hat. Ihre romantische Natur kann in diesen Tagen leicht geweckt werden. Die Bewegung der Planeten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Geist bis zu einem gewissen Grad von Ihrem Körper zu trennen, was Ihnen mehr körperliche Empfindungen gibt als Ihre manchmal überwältigenden Emotionen. Um dieses Erlebnis zu verstärken, sollten Sie regelmäßig Sport treiben und leichte, aber nahrhafte Lebensmittel wie frische Salate oder Saisongemüse und Fisch essen. Ihre Sensibilität wird Sie und wahrscheinlich auch jemand anderen verführen. Sie möchten alles hinter sich lassen? Sie möchten, dass sich Ihre Situation schnell verbessert? Seien Sie nicht ungeduldig, das wird sich ändern. Die Schwingungen des Tages können Ihnen zwar vorübergehend Probleme bereiten und Ihren Rhythmus verlangsamen, aber Sie werden Ihre Ziele erreichen. Das ist doch beruhigend, oder? Um Sie zu erreichen, müssen Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die Sie erledigen müssen, Ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen und vor allem wieder echte Stabilität finden. Tatsächlich ist alles nur eine Frage der Zeit. Da Jupiter sein erstes Wochenende in rückläufiger Bewegung in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops beginnt, besteht die Möglichkeit, innezuhalten. Da Sie die Hektik der Arbeitswoche hinter sich haben und dieses Berufsjahr kurz davor steht, Fahrt aufzunehmen, ist es von Vorteil, einen Schritt zurückzutreten und den gegenwärtigen Moment zu genießen. Venus, die Ihr letztes Wochenende in einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops genießt, hilft Ihnen dabei, die Arbeitssorgen beiseite zu lassen und sich voll und ganz auf das Wochenende einzulassen. Dies geschieht nur wenige Tage, bevor sie einen freundlichen Aspekt mit dem verträumten Neptun bildet, der in einem abenteuerlichen Bereich positioniert ist. Zur gleichen Zeit, während Pluto seinen ersten vollen Tag in direkter Bewegung in ihrem Beziehungssektor Venus verbringt, hat der Planet der Liebe sein letztes Wochenende in ihrem romantischen Sektor erreicht. Während dies für beide bedeutet, dass sie sich auf die Abreise vorbereiten, ist Unterstützung unterwegs, die es Ihnen ermöglicht, sowohl in romantische als auch in Beziehungsfragen mit Zuversicht und sogar mit einem Gefühl der Aufregung und Vorfreude in die Zukunft zu blicken. Täglicher Planetenüberblick Heute früh könnten Sie sich in einem tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden Gespräch wiederfinden, da Merkur in der Waage im Quadrat zu Pluto im Steinbock steht. Gespräche in dieser Zeit werden wahrscheinlich viel tiefer gehen als erwartet und Bedeutungsebenen oder verborgene Wahrheiten ans Licht bringen, die Sie überraschen könnten. Waren Sie schon einmal in einer dieser Situationen, in denen ein lockeres Gespräch zu etwas Intensiverem wird und Dinge enthüllt, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Diese Art von Energie könnten Sie heute erleben. Diese Gespräche können zu Durchbrüchen führen, aber Sie können auch herausfordernde Emotionen oder Themen zur Sprache bringen. Eine wichtige Sache, die Sie heute im Hinterkopf behalten sollten, ist, auf Ihrem Körper zu hören. Wenn diese kosmische Energie um Sie herumwirbelt, spüren Sie möglicherweise ein Gefühl der Frustration oder Anspannung, das sich in Ihnen aufbaut. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Körper bei Stress oft subtile Signale sendet, sei es ein Verspannen in den Schultern oder ein unangenehmes Gefühl im Magen? Heute ist es wichtig, auf diese Signale zu achten und auf sich selbst aufzupassen. Ob das bedeutet, eine Pause einzulegen, spazieren zu gehen oder einfach tief durchzuatmen, um sich zu entspannen, kleine Akte der Selbstfürsorge können einen großen Unterschied machen, um ihr Gleichgewicht zu halten. Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, Missverständnisse. Unter diesen kosmischen Einflüssen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, missverstanden zu werden oder die Aussagen anderer falsch zu interpretieren. Hatten Sie schon einmal ein Gespräch, bei dem Sie und die andere Person auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen zu liegen schienen, obwohl Sie beide versuchten, klar zu kommunizieren? Heute könnte das leichter passieren als sonst, also seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie wichtige Angelegenheiten besprechen. Wenn möglich, wäre es vielleicht ratsam, wichtige Aufgaben oder Besprechungen auf einen anderen Tag zu verschieben, insbesondere wenn die Emotionen hochkochen. Während Ihr üblicher direkter Ansatz in anderen Situationen gut funktionieren könnte, könnte er heute zu unerwarteten Komplikationen oder Konflikten führen. Bleiben Sie also aufmerksam und wählen Sie Ihre Schlachten mit Bedacht, insbesondere mit Ihren Lieben. Wenn diese transformative Energie greift, werden Sie einen deutlichen Anstieg Ihrer Begeisterung und Vitalität bemerken. Es ist, als ob das Universum Ihnen ein kosmisches grünes Licht sendet, damit Sie Ihre Ziele mit voller Kraft verfolgen können. In Ihrem Berufsleben werden Dinge, die einst entmutigend oder unerreichbar schienen, allmählich Ihren Platz finden. Aufgaben, die gefühlt ewig über Ihrem Kopf schwebten, werden mit Leichtigkeit bewältigt und alle neuen Projekte, die Sie in Angriff nehmen, werden wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein. Ihr Selbstvertrauen ist im Moment magnetisch und diese Energie wird die Menschen auf natürliche Weise zu Ihnen, Ihren Ideen, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Vision hinziehen. Sie haben vielleicht kreative und künstlerische Möglichkeiten, romantische und leidenschaftliche Momente, stabile und sichere Finanzen, eine friedliche und unterstützende Familie, eine flexible und aufgeschlossene Einstellung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Kommunikation und Kompromissbereitschaft, vorsichtige und umsichtige wirtschaftliche Beratung, Glück und Erfolg, Erkundung und Lernen, Nahrung und Vitalität, Ausdruck und Entspannung, Aufregung und Freiheit, Enthusiasmus und Selbstvertrauen und Glück und Erfolg.